Die Blumen und Materialien Unglaublich, ich kann sie noch gar nicht so fassen. Es ist so unwirklich. Auch die ganzen Tage ist es so schnell vorbei gegangen. Und ich hätte im Leben nie gedacht. Von daher bin ich mega überwältigt. Ich finde es einfach wunderschön, mit den verschiedenen Blumen, Materialien und Arbeitsweisen. Man kann kreativ sein. Man kann so viel seine eigene Meinung oder seinen eigenen Stil hineinbringen. Ich bin sehr ehrgeizig. Und wenn ich etwas mache, dann schaue ich auch, dass es wirklich stimmt, dass es korrekt ist. Und ich glaube, das hat mir auch hier weitergeholfen. Es ist sehr schwierig, sich darauf zu vorbereiten. Man hat zwar ein paar Aufgabenstellungen gewusst, aber trotzdem hat man nicht gewusst, welches Material man bekommt. Ich bin ganz, ganz stolz. Ich hätte es nicht gedacht, dass es wirklich reicht. Ich habe gedacht, ich mache es bei mir mit, weil ich es gerne mache und kann. Der Rest ist überraschend. Ich glaube, es wird einem noch mehr bewusst, dass man wirklich den Beruf betritt, dass man das, was man macht, wirklich im Griff hat. Und ich finde es eine riesige Ehr, dass die Schweiz, die Shanghai dann an den WorldSkills zu retten.